Hast du das Wappen schon mal gesehen? Fisch und fritz, fisch. Kennst du deinen Südtirol da ein bisschen aus? Nein. Oberschulequits ist back, meine lieben Leute. Das Format, wo wir vor den Oberschulen kommen, mit 30 Fragen. Wir haben 6 tolle Preise. Wer die Frage richtig hat oder die Aufgabe, hat kein Gemmes. Wir sind heute hier vor der Oberschule Jakob Philipp Falmer-Reier, wo es ein Journalist und Politiker war, so weit ich weiß. Die Preise für heute seien Buano Memes Fanartikel. Das heißt, ein gut besser Buano originaler Tiroler Schurz oder ein Buckler-Wear. Ein Hoodie in Wert von 50 Euro oder ein Schurz in Wert von 30 Euro. Wer etwas richtig hat, kann sich etwas aussuchen. Da sind wir gespannt, wie das heute durchläuft. Dann haben wir die ersten Kandidaten. Du bist da? Tobias. Magst du auch mit ein? Ja, das geht nicht mehr. Du hast Geburtstag heute. Wer hast du? Jakob. Jakob, alles Gute. Sagst du mir eine Zahl zwischen 19 und 30? 25. 25, okay. Noch kriegst du von mir eine Frage oder eine Aufgabe. Wer ist der Herr da? Schau ich aus, ob ich den kennen. Dann könntest du, solltest du eventuell auch kennen. Nein, ich weiß nicht. Leider nichts. Vor der Fallmereier, der Jakob Philipp Fallmereier. Zahl zwischen 19 und 30? 8. 8. Okay. Welches Land liegt südlich von Ägypten? Wo? Äh. Geografie? Ja, Geografie, genau. Äh. 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 Was hat mit dem Sohn? Äh. Äh. Ssssssss. Ssssss. Ssssss. Somalia, ne? Somalia, na? Somalia stimmt nicht. Sudan wäre es gewesen, Sudan. So, junger Mann, eine Zahl zwischen 19 und 30? 18. Wann hat der Utzig-Lab? Zu welcher Zeit? Kupferzeit. Ja, aber im Jahr? 600 nach Christus. Was? 600? 600 vor Christus. Nein, leider nicht. 3000 vor Christus. Das ist ziemlich ein alter Mann. Ein Zahl zwischen 19 und 30? Welcher Planet ist der sechste in unser Sonnensystem? Uranus. Saturn. Saturn. Saturn ist in der Tat, richtig! Hier kannst du dir irgendetwas aussuchen. Sorgmele, Schmanderglitzer. Zukünftiger Buckler. Was ist dir passiert? Ja, zu viel gelernt. Zu viel gelernt? Gut, dann sag's mir mal eine Zahl zwischen 19 und 30. Zehner. Okay, ich probiere ein Emoji nachzuahmen und du kannst noch auf dein Handy schauen, welcher Emoji das sein könnte. Okay, ich hab noch eins. Mein Emoji-Face in 3, 2, 1. Das ist eine Geschichtsfrage. Kennst du die Aussen-Geschichten? Ja, Nekro. In welchem Jahr endete der Erste Weltkrieg? Kann man schon wissen. 1918. 1918 ist stimmt! So, bitte sorgt ihr etwas aus. Dann kommen wir den letzten Kandidaten der Gruppe. Zahlt zwischen 19 und 30? Nein. Da braucht es zwei Leute. Was ist dein Name? Ergin. Ergin. Ja. Daniel. Okay. Wisst ihr, wie man eigentlich einen Namen schreibt? Ja. Der Erste von Eng, der es von gegenüber in Nomen rückwärts formuliert, kriegt einen Pulli. Let's go. L-E-N-I-A-T. Was? Was? Leynat. Jetzt war es rausgekommen. Warte, warte. Das dauert doch so lange. Die ***. Was? Die ***. Bruh. Nein, wirklich. Ist das dein Name? Ergin. Ja. Ergin. OMG. Kurzer Zwischenfall. Wir müssen kurz dokumentieren. Switch 1 kennen sich. Und anscheinend hat er den Namen. Ergin. Ja. Nigre. Ja. Die Ehrenmänner kommen sie aus der Macht, weil er das erste, was er gesagt hat. Blenden wir kurz hin. Leynat. Wort richtig. Ja. Mann. Wer geht denn das heute? Ohne Bucke und kommt die Fahrt mit Klömer. Ehrenmänner. Das nenne ich Fairplay. GG's. GG's Bro. Eine Zahl zwischen 19 und 30. 27. Was ist die bevölkerungsreichste Region Italiens? Äh. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist im Norden von Italien. Genau. Äh. Venezien. Nein. Leider nicht. Es ist Lombardei. Also ca. 10 Millionen Inwohner die Lombardei. Du, die junge Dame. Äh. 12. Jetzt mal das Handy raus, bitte. Und dann machen wir jetzt hier eine kleine Challenge. Werfenenken. Fischers Fritz Zungenbrecher. Schnelle Räuter labern. Gut. Bist du's? Drei. Zwei. Zwei. Moment, komm. Fischers Fritz. Fischers Fritz. Fischers Fritz. Fischers Fritz. Fischers Fritz. So ist's gut. Jetzt habe ich nicht geschaut genau. Aber es ist weg. Wie schnell war das jetzt? Ich weiß es nicht. Es war ca. 5 Sekunden. Schauen, ob du die 5 Sekunden erschlagst. Bist du's? Drei. Zwei. Und. Fischers Fritz. Fischers Fritz Fritz. Fischers Fritz Fritz. Drei Zwanzig. Wie hast du? David. Da wird Du? Kein Lieb. Fair match. Leider hat es mit der Zeit versch沉ss. Aber David, bitte. Such ihr einen Bulli aus. Gut, an der Stelle muss ich mir fairen Basis bei der jungen Dame entschuldigen. Nicht lange habe ich hier mal versch justification meine Einschätzung war komplett lost. Wir haben doch 5 Sekunden. Hier ist der Beweis der Vier in einem Clip angeklickt. Duration 2 Sekunden 22. Und der junge Mann hier, der Kel, hat die genau identisch gleiche Zeit. Das tut mir leid, ich bin dir jetzt schuldig. Im Fall, wenn du darauf bestehst, schreib mir eine E-Mail. Info-at-buana-memes.com Und ja, da hören wir uns zusammen. Du hörst in Theorie auch etwas kriegen soll. Eine Zahl zwischen 19 und 30? Sieben. Welches Tier ist das schnellste auf dem Land? Gebarrt, oder? Gebarrt, ja, Gebarrt. Fast as fuck, boi! Gönnt ihr nun entweder einen letzten Hoodie oder einen Schurz? Eine Zahl zwischen 19 und 30? 25. Wie viele Lehrer gibt es an der Oberschule Fallmereier insgesamt? Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Das habe ich gestern in einer Story erwähnt. Ah, nein. Ich habe eine Story gestern noch gestanden. Das ist eine große Schule, habe ich gesagt. Und es hat... 65. Nein, leider nicht. Das sind 85. 85. Ein wilder Bagage-Lehrer. Mehr Lehrer, als es in manchen Oberschulen Schülern gibt. Vielen Dank, Ladies. Vielen Dank. Okay, eine Zahl von 19 bis 30. 17. Ich zeige dir jetzt ein Wappen. Ja. Also... Ein Wappen von einer Gemeinde. Und schauen, ob du die Gemeinde erkennen kannst. Hast du das Wappen schon einmal gesehen? Nein. Nicht da? Nein, keine Ahnung. Fundus. Nein, leider nicht. Das ist eine Gemeinde-Wappen von Laien. Was machst du denn für eine Zahl? Eins. Eins. Okay. Das kannst du vielleicht wissen, je nachdem, was deine Geografie-Kenntnisse sind. Geografie? Nicht so gut. Was ist die Hauptstadt von Australien? Oh, ich weiß. In Canberra. Canberra, jawohl. Ja. Gratulierst du auch, hol dir einen Schurz. Gut. Du hast. Du sagst mir eine Zahl zwischen 19 und 30. Und dann kriegst du eine Aufgabe für Fragen. 30. Okay, dann machen wir frisch 30. Wir bekommen eine 30-Sekunden-Challenge für dir. Okay, kennst du dir in Südtirol da etwas Lauses? Nein. Nicht da? Okay, gut. Dann kommen wir da vielleicht mit dem falschen Kandidaten. Nenn mir vier Dörfer, die uns mit S aufhören. Die Zeit läuft. Seid still. Okay, uns schenken wir dir aber. Seid still. Und jetzt haben wir. Und jetzt haben wir. 20 Sekunden. Drei Feilen. Glurz. Glurz? Ja, zwei. Zein Sekunden. Nur zwei Dörfer. Ja, GG. GG. Ja, es hat Schlanders gegeben. Es hat viel anders gegeben. Was habe ich gesagt? Letz Pfanz. Stilfest. Trenz. Ja, so etwas sagen. Servus. Du bist der? Martin. Der Martin. Okay. Eine Zahl von 90 bis 30. Versuchst mir nicht die leichtesten. 11. Haben wir schon gehabt? 15. Lassen wir es. Ja, 15. Ich zeige dir ein Bild von einer Kirche. Und wenn du roten kannst, in welchem Dorf der Kirche steht. Du kriegst einen Schürz. Wo steht die Kirche? Es ist ein Dorf, wo es nicht allzu weit weg von euch ist. Okay. Wenn es der Martin weiß, was er ist und sonst muss er jetzt roten. Und wenn er Sam was, dann ist es gerade gegangen. Und sonst ist es nicht. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Martin. Gratuliere. Gönnt ihr einen Schürz. So, meine Lieben. Sie machen Liegestütze. Das sind die Männer. Das sind die Boys. Jawoy. Jawoy. Lightweight. Lightweight. Das war Oberschulequiz. In der Fallmereier da in Brixen. Danke an alle, die wir mitmachen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wo ihr als nächstes kommen soll. Und abonniert den Kanal, wenn ihr ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau seid. Lass ein Like für die Push-Ups tun. Und ja, Fedeck und danke fürs Mitleben. Fedeck. Saus. 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 Du musst jetzt raten, wie alt ich bin. 15. Ja, richtig. 15. Schön. Ich hab gefühlt genau gleich aus. Schreck mit 15. ZE.